So, mein Lieber. Geh jetzt mal die Sexualkunde. Was ist ein Datschlag? Das haben wir auch daheim gehabt. Das Mikro muss halt bei dir sein. Du redest schön laut. Da wird's alle auf Forz hören. Premium-Content. Forz, ich packe meinen Koffer und hiermit ein Ersatzrad, ein Jutebeutel, ein Schmutzki, Katja Grasowicz, ein... Das ist jetzt Deins, das weißt du schon. Ich weiß. Fuck. Gabe Butters. Nehme ich einfach mal mit. Ein Furz, ein rosa Campingstuhl, einen nackten Mann, ein Bus voller Asiaten, ein Bus voller Asiaten, ein Bus voller Asiaten, ein Absperrband, kann doch nicht. Aber es war nah dran. Das, was alle Leute brauchen. Das wird ein guter Furz. Nein. Ähm... Was hatte ich als letztes? Was voller Asiaten? Ah, ein stinkenden Hippie! Nein! Doch! Oder? Ich bin eins zu weiter. Stinkenden Hippie? Ja. Ein Müllbeutel? Genau. Für Kalle jetzt. Ey, den musst du wissen, Alter. Ja. Das ist das, was ich gemeint habe eigentlich. Ey, ich glaub, das ist doch nicht 3-Score-Mucker. Nein, das ist doch nicht 3-Score-Mucker. Das kommt als nächstes. Ah, die neueste Platte von Scooter! Döp, 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 döp. Oi, oi! Oi, fucking oi! Wir sind ja bald ein Deichkind! Warum sind die Scooter? Die neueste Platte von Scooter. Absperrband. Ein Dixi. Du dreist kaum muckern. Den linken Hoden von Till Lindemann. Was hab ich denn mitgenommen? Boah, das ist echt viel schon. Fuck. Den linken Hoden von Till Lindemann. Du hängst immer bei deinem Zeug so. Ja. Das hast du alles eingepackt, Junge. Ihr wisst's, oder? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaub schon. Was brauchen wir noch? Oder ist es das? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Der linke Hoden von Till Lindemann war das letzte. Ich glaub, es ist es schon. Es ist noch nicht Ariel. Ah, okay. Ariel kommt als nächstes. Ah, okay. Ich dachte ich, okay. Ne. Ich glaub, wir haben schon mittlerweile drei Runden vergessen im Winter. Ja. Aber es steht einfach nicht auf. Haben wir den nackten Mann überhaupt gehabt? Ja. Der war vor dem Mülleutel, Alter. Ähm. Fuck. Also der linke Hoden. Ah! Ah, ne. Ja, okay. Der linke Hoden von Till Lindemann. Dann warst du dran. Das hast du zuvor gesagt. Dreiskorn. Doch, oder? Dreiskorn, Muckern. Dicker Hoden von Till Lindemann. Oh, ein Helikopter. Ah, ich wiss's wieder. Ich nicht. Shit. Wie geb ich dir da mal einen subtiligen Tipp? Muss man gesehen haben. Ne, was hab ich mit? Frag doch mal die Asiaten. Die hast du doch auch mit. Ah, die neueste Staffel von Game of Thrones. Ja. Jawohl. Ja, hab ich mit. Ähm. Danach kommt ein Reisfeld von Monsanto. Monsanato. Monsanato. Ihr wisst schon. Monsanato. Monsanato. Ein Reisfeld von Monsanto. Monsanto. Hab ich doch gesagt. Äh. Danach nehme ich das N von Zitrönennett. Ich kauf ein N. Arielle, die Meerjungfrau. Damit wir was haben. Oh, wach. Äh. Den Stürmthaler See. Ja. Damit du drin schwimmen kannst. Und Manus Neustes. Uh. Uh. Weißt du's noch selber? Weißt du's noch einer? Ja. Das war wieder was Längeres, glaub ich. Manus Penis. Fuck. Sexualkunde. Ja. Stimmt. Jetzt kommt das geilste. Sexualkunde? Ja. Das ist Sexualkunde. Genau. Fuck. Ich muss es jetzt nur wissen. So funktioniert das Schwere genau. Du hast gesagt, wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden? Nee. Nee. Das hat er doch erzählt. Okay. Achso. Ich hab's. Oder hab ich's gesagt? Nee. Irgendwie hat er doch gesagt. Doch. Das kenn ich. Das haben wir mal gefunden. Ach ja. Stimmt. Das hast du mit Robin unter irgendeinem Dings gefunden. Einen Buttplug von... ...irgendjemandem. Einen Buttplug von dem Warmers. Boah das ist echt peinlich eigentlich. Ah. Ähm. Ich weiß jetzt wen. Aber ich komm nicht auf den Namen. Denk an die Ente von Disney. Nein. Ich... Hier der... Ah. Donald Trumps... Donald Trumps... ...Buttplug. Nee. Also ja. Donald Trumps Buttplug sag ich ziemlich gut. Das hast du doch gesagt. Nee. Nee. Eigentlich Donald Trump Buttplug. Ja. Wenn du dein Gesicht quasi hast. Ach so. Aber alles andere ist auch okay. Ich hab auch... Ist auch okay. Und... Ich nehm noch Nostella Forte mit. Nostella Forte? Das habt ihr euch verdient. Mach auf und mach auf. Das ist glaub ich der geilste Koffer der hier gepackt wurde.